so freunde des guten geschmacks jetzt kommt wieder der running gag jetzt gerade auf dem video gesehen hat keine maskenpflicht beim anstehen oder in der sicherheitsding aber condor im flieger maske da muss man sich doch irgendwie an die birne fassen und sagen sind die noch normal hier läuft jeder ohne maske rum oder jeder normale mensch ja es gibt ja unnormale es gibt ja corona jünger aber im flieger musst du so eine drecksmaske ansehen wahnsinn die haben alle ein rad ab irgendwo also noch mal zum mitschreiben auf dem gesamten flughafen auf dem gesamten flughafen ob das sicherheitskontrolle ist ob das anstehen ist ob das hier im terminal bereich ist keine maskenpflicht ein condor im flieger eine maske das stimmt doch da stimmt doch irgendwas nicht die sind doch irgendwo die sind doch irgendwo krank in der birne oder also ich gucke jetzt auf jeden fall im prinzip dass ich nicht mehr mit condor fliege weil ich lasse mich doch nicht verarschen und beim letzten mal war bei condor so eine ältere stewardess die schon 40 jahre auf dem puckel hatte oder 50 so eine richtige hexe in schwarzer haare die ist von reihe zu reihe maske über die nase maske über die nase solche leute braucht niemand jetzt bin ich mal gespannt im prinzip wie das im flieger ist und mit dem flieger mache ich halt nochmal ein video wie die ganzen kapalgen da im flieger sitzen mit der maske höre also die können wir bald am arschleckenkontor ich fliege jetzt nur noch mit gesellschaften die normal sind und nicht seine scheiße fabrizieren in diesem sinne take care